Ach, das waren Zeiten. Könnt ihr euch noch an die neue Grundsteuer erinnern? Genau, das Bundesverwaltungsgericht hatte die bisherige Berechnung vor sechs Jahren für verfassungswidrig erklärt. Die alten Berechnungen haben für vergleichbare Grundstücke zu einem Unterschied zwischen Ost und West geführt, die teilweise das Vierfache betrugen. Deswegen wurde dann 2018 eine Reform angeordnet. Wegen der Überlastung von der Finanzverwaltung gab es natürlich bisher noch keine Bescheide. Ab dem 1. Januar 2025 sollte die neue Berechnung dann eigentlich gelten, allerdings kann es genau wegen diesen Verzögerungen dann noch länger dauern, bis die Bescheidenen auftauchen. Das Ganze könnte tatsächlich dann auch zu Problemen für die Mieter führen, denn diese plötzlichen Erhöhungen können direkt auf die Nebenkosten und somit an die Mieter umgelagert und weitergegeben werden.